Jo und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Juhu! Juhu! Ja Leute, diese Folge haben wir sofort gleich danach aufgenommen und ich weiß jetzt schon, ich bedanke mich schon mal im Voraus, denn einige von euch sind ja, wie gesagt, die merken sich alles, auch aus Ragnarok und ja, diesen Alpha-Dodorex muss man auf wie viel Prozent, Gary? 20 Prozent. 20 Prozent runterschlagen, dann kriegt er Turpur und er macht wie vielen Schaden? Zweimal mehr. Zweimal mehr. Also ihr habt schon gesehen, Diego von dem Myth-Mod hatte null Chancen und ich will auch gar nicht wissen, mit was hatten wir ihn down gekriegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Mein Gehirn ist halt ein kompletter Sieb. Ja, ähm, der Dodorex, wie gesagt, der braucht einen Namen, aber warte mal, ist das Mädchen, Junge? Ich glaube, es ist nichts, ne? Müsste Gender Nothing sein. So, wir kennen ihn ja, aus Valhalla auch, also wo es das Projekt noch Valhalla hieß, jetzt heißt er aber Mythos, wie viel geiler. Ja, ich hab mir jetzt meine Tränke gegeben. Ähm, ich kann ihm jetzt 19 Level geben und ihr seht hier schon. Seht ihr das? Ja, wir werden ihn gleich in den Power Dodorex verwandeln. Und das Gute ist, davon braucht man 100 Stück, dann kann man das hier, ein Prone Crystalline Core herstellen. Und wir hatten sowas noch. Ich hab, ich, ich wusste noch irgendwo, irgendein Dino von uns hatte es. Und ich würde sagen, da wir ihn auf Power machen, machen wir ihn ein bisschen auf Energie und den Rest auf Power. So, jetzt müssen wir es aber so machen, ne? Wir sehen uns jetzt ganz kurz nochmal seine Struktur an, seine Schönheit. Es ist halt, like a God. Ich weiß aber nicht, wie wir ihn genannt hatten in Valhalla, also wo das Projekt noch Valhalla hieß. Deswegen, er braucht einen wunderschönen Namen. Aber erst zu diesen Aussehen. Wir werden ihn jetzt verwandeln. Ja, Sattel und so weiter runter. Ihr kennt es ja. So, und jetzt. Warte mal. Gary, er muss den Sattel drauf behalten. Ohne das können wir nichts machen. Kannst du das nicht herstellen und dann den Sattel holen? Ne, 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 ne. Wir müssen, ist egal. Ich crafte dann gleich nochmal hinher. Also, wir begutachten jetzt seine wunderschöne Schönheit. Dodo Rex, zeig. Ja, er sieht halt übelst geil aus. Ich will mal meinen Helm runtersetzen. Ich mag den nicht. So, den mag ich lieber. So, Dodo Rex, zeig. Zeig deine wunderschöne Schönheit. Come on, verwandel dich. Oha. Okay. Schönheit, verwandel dich. Komm, Dodo Rex. Bye-bye. Ey, es sieht immer so episch aus. Und ich weiß auch gar nicht, woher die Modder das bekommen. Oh, das ist so geil aus, Tod. Yo. Oha, ist er dunkel geworden? Ja, ist er. Ist er kleiner geworden? Oh, nein. Es sieht aber geil aus. Oh. Er ist schwarz geworden. Und violetten... Ja, Gary war auch ein kurzen Sattel. Okay. Er kam gleich wieder, Kollege. Ich reite gleich auf dich. Haha. So, dann würde ich schon mal sagen, jetzt gibt es gleich Action. Gary, auf was reitest du? Ich überlege gerade. Aber du musst, glaube ich, hinterher kommen, weil, guck mal, so schnell bin ich. Naja, geht eigentlich. Also, wenn, kannst du mit deinem Wolf natürlich mitkommen. Ich weiß ja, wie cool das einfach aussieht, wenn du gehst, ne, die Blasen da so. Es sieht halt heftig aus. Ach, du meinst, sie unter mir. Hä, äh, ist er größer geworden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall komme ich hier nicht mehr raus. Ich muss kurz was machen. Hä, wir teleportieren uns einfach nach draußen. Ach, stimmt, da ist der Teleporter. Haha. So, warte. Ach so, du hast schon gemacht? Ja, ich habe mir jetzt auch eine Femininung gemacht. Oh, Gary, danke schön. Bitte schön. Alter. Das ist gerade eine Ehre für mich, ihn zu reitne. Warum kommt er die Blasen an, so wenn er auftritt? Das sieht so geil aus. Seine Stats sind aber weniger geworden, Gary. Ja, seine Stats sind niedriger geworden. Er hatte vorhin über 100.000, jetzt hat er 56.000. Ja, wir sind einfach leveln. Alter, wie geil das aussieht, ne? Das sieht aber heftig aus. Wenn er läuft, wird es noch krasser. Okay, warte mal. Wo können wir jetzt runterspringen? Gary, pass auf. Ähm, du hast ja jetzt auch eine Fährbedienung, ne? Ja. Dann kann ich mich ja eigentlich zu dir porten. Warte. Okay, kannst du mal ganz kurz, ähm, da rechts drauf. Guck mal, rechts, wo die toten Bäume sind. Diese Plattform da. Siehst du sie? Ja. Geh mal da hin und ich komme gleich zu dir. Okay. Toll, ich bin da. Hi. Hallo. Oh, warte. Ja, habe ich mir auch krass gedacht, so war, aber wie war. Ja. Okay. Aber Dodorex ist aber brutal laut, ey. Ei, ei, ei. Also hier ist eine Menge, 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 Menge Metall, ne? Menge Metall? Ja. Ja, ist doch perfekt für uns. Dann müssen wir am besten von hier aus einen Teleporter hin bauen, wa? Ja. Willst du hier ausprobieren? Hier ist ein Velo. Nein, ein Velo wäre zu schwach. Oh, ein Raptor. Oh, ein Raptor. Okay, da. Das wäre Schande. Das wäre Schande für die Dodorex. Ich brauche was Starkes. Lass mal kurz zurückgehen, wo wir anfangs waren, bei einem Sumpfgebiet da. Oh, warte mal. Hier sind genug Dinos. Komm her. 16.000. Komm her, Velo, was hast du? 16.000. Auch geil. Warte, Feuer. Oh, Hot Gary. Ist das neu gemacht? Ich weiß es nicht, aber wenn ich es rechtsklick drücke, siehst du diesen Fehler? Ja. Ist so eine Art Panorana. Oder kennst du sowas wie ein Comic, wenn man gerade so ein Beispinne, Beispinne, guck mal, kennst du das im Comic, wenn du gerade so einen Powerschlag machst und er zoomt an dein Gesicht dran und dann kommt das da? Ja. Es passt. Guck mal, wenn ich jetzt mal sehe, ich versuche mal jetzt ganz schnell ranzugehen. Nein, es sieht fast so aus. Es sieht geil aus. Sorry, wir brauchen einen richtigen Feind, Gary. Das sind keine Feinde hier. Oder drüben explodiert etwas. Dann auch Finder. Alter, das ist gerade so komisch für die Augen, wenn das passiert. Alter, er ist so mega laut, ne? Nee, es ist Arsenal. Da habe ich keinen Bock auf die. Komm, ich gehe mal rüber. Guck mal, da links ist so ein Dings runtergekommen. Oh, Rin ist da. Wer ist da? Rin. Rin. Warte mal. Rin? Er versucht, einen Dodo anzugreifen. Der wird 10, hat er nur. Oh, Rin. Du musst jetzt kämpfen. Dodo, Rex. Du musst kämpfen gegen Rin, okay? Gegen Rin. Es tut mir leid. Drei noch ein Monat. So. Einmal restlich, bitte. Okay. Nach. Aha. Ja, gut. Ich habe wieder in der Mitte. Geil. Was ist das für ein... Nee, Ravager ist toxic. Weg ist er. Ja. Was haben wir denn noch hier? Oh, rechts, rechts ist dieser starke Skorpion. Was ist das? Ein Skorpion? Mhm. Was für ein Skorpion ist das? Pommes Skorpion. Wenn der das überlebt. Der Dodo Rex da hinten. Dodo Rex. Der hat eine Keule unter dem Schwanz. Oh mein Gott. Was? Und der, der, der spuckt schwarze Sachen. Ja, lass den bitte. Hallo. Ich weiß nicht, was kann. Oh, der Para, der Para. Gonna go fast. Ich würde jetzt ganz gerne den Skorpion retten. Ich würde ihn jetzt wirklich retten. Ich würde nicht dazwischen nehmen. Das ist ein Gar... Der Dodo Rex. Der Dodo Rex. Kommt da. Ja, der hat gerade so schön in deine Richtung geguckt. Ja, aber ich will den Skorpion retten. Ich will den... Ich will wenigstens Skorpion retten. Bitte. Okay, ich versuche ihn. Nice. Ich habe ihn getötet. Der Skorpion hat Level 100 noch was. Dodo Rex ist sehr nah. Ja, ich... Ähm... Kannst... Versuch mal den Skorpion auf dich zu leppen. Bring ihn weg. Hab ich gerade vor. Hab ich gerade vor. Der Dodo Rex scheint echt gefährlich zu sein. Ich weiß aber auch nicht, was das ist. Ist ein Guardian. Ist ein Guardian. Ist ein Guardian. Okay. So, pass auf. Das sind bestimmt Guardians of the Galaxy, wa? Er ist abgelassen von mir. Er ist abgelassen. Ja. Glaubst du, ich kann runtergehen, ohne dass was passiert? Schlag mit dein Speer auf, wenn du unten bist. Hey, stimmt. Oh, der sieht geil aus. Warte. Archie. Lock ihn mal, lock ihn mal. Lock ihn weiter, genau. Ich mache noch nicht mal was. Aua. Aua. Ich bin da hinten fliegt, ey. Der Dodo Rex, bitte, komm. Ich glaube, ich komme gar nicht an ihn ran. Ich komme überhaupt nicht an ihn ran. Ich auch nicht. Dodo Rex, aus jetzt. Wie, du kommst auch nicht an ihn ran? Nee. Warte mal, er gibt null ab. Wer ist stärker? Aua. Ich komme nicht durch. Aua. Ich komme nicht durch seine Barriere, ne? Warte, ich habe einen Plan. I have a plan. Warte. Scheiße. Scheiße. Er hat bisher auch nur 2.000 Truppe. Der hat 272.000. Oh. Wow. Oh, Gary, wir nehmen mit nach Hause. Wir nehmen mit. Warte. So komme ich in ihn rein. Ja, gut. Wie geil ist das denn? Leute, beste Lösung ever. Ich nehme ihn einfach an die Leine. Wie geil ist das denn? Gary, häng dich auch an. Der Arme. Ich heil, glaube ich, hier die Stellung. Nein, nein, nein. Hast du mich getroffen? Ich habe ihn getroffen, ja. Nicht. Achso, I don't know. Ja, hier, kannst du mir bitte helfen? Weil sonst dauert das viel zu lange. Ja. Leute, beste Methode, einen Skorpion zu zähmen. Man nimmt ihn einfach an die Leine und dann let's go. So, ich bin jetzt nur ein Boxer hier und mit Hut und mit Schuhe. Gary, warte mal. Er haut ab, er haut ab. Das bedeutet, wir können ihn nicht zähmen. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. So, auf, auf. Schere, ich habe ihn zweimal getroffen. Pass auf, nicht nur du rex, sie treffen. So, und wieder an die Schere ran. Alter, du fliegst ja regelrecht. Ja, ein bisschen, ein bisschen. No! Arigato. Bitte. Ich beschütze dich, ja. Hast du irgendwas? Mein Turbo ist runter, aber irgendwie schlafe ich trotzdem noch. Ach, danke schön. Pass auf, er kann die Geschwindigkeit nicht mithalten, so. 231 hat er jetzt, ne? Siehst du? Die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit ist es. Weißt du? Ja, maybe. Siehst du? Die Geschwindigkeit, das ist wie, äh, Physik ist das. Der Aufprall ist zu hoch und zu schnell, dass er es irgendwie aufhalten könnte. Weil er hat so eine Art Radius um sich wie die Welt und, äh, ne Ozonschicht. Und ich, ich brech einfach durch. Siehst du? Mitten durch. Oder ist er passiv? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Oh, ich hab ihn. Bam, Junge. Ich hab zwar noch einmal draufgeschlagen, aber ist sich scheißegal. Nice. Dönne Dekki, stehen geblieben? Genau. So, es ist Prom. Also braucht er wieder, ähm, genau, die, äh, ne, 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 Gary falsch. Er braucht Prom Dino Food. So, das stell ich jetzt ein paar Mal her. Und dann geht's weiter. Hast du, hast du einen Sattel mitgenommen? Ja, klar. Nice. Guck mal. Ja, was denn? Wie der cool aus, Noxius-Dings hier. Warte, warte, warte. Ich kann noch nicht gucken. Warte, ich gucke jetzt. Hab den grad da umgemacht, hier hinten an der Ecke. Der, guck mal. So schnell? Kann das sein, dass er schneller ist als, äh, äh, vorher? Wie geil ist das denn? Lauf mal los, will ich sehen. Ja, warte, warte, warte. Au, hast du schon einen Sattel? Oh, Gary hat die Gepore. Ja, ich hab den Sattel drauf gemacht. Ey, den Sack und den war aber mit. Warte, ich komm gleich, Gary. Ich komm gleich. Level 60? Ja. Ja, wie sieht tübsch aus, ne? Wie kannst du fragen? Hä, was? Ja, ich hab dich gesehen. Was? Ähm, ja. Ich klein, du groß, okay? So, mal sehen. Hier, guck mal, wie schnell ich bin. Siehst du? Ja. Vater gegen Sohn. Der kleine kann man nicht mehr an den Korn, Mensch. Hey, Diplo, macht der Turpur? Er macht Turpur. Tatsächlich. Leute, wir haben unsere erste Turpur-Maschine. Ja, aber er macht eher ein Damage als Turpur. Ja, oh, guck mal, was das für ein Projekt ist. Das ist ja. Oh, das Projekt da. Ja, sehe ich auch gerade. Dämonik. Zurück. Es scheint aber ein anderer Dämonik. Das ist Panic 4 Dämonik. Hä? Leute, ich raff, ich raff gerade irgendwas nicht. Wir haben in der vorletzten Folge, wo ich alleine war, Dämonik-Ecos in der Höhle getötet. Die waren One-Hit-tot und die waren übelst schwach. Warum hat der jetzt zwei, äh, über eine Million und ist stark? Ein Prom-Dodo. Äh, lass mal abhauen, bevor wir, lass mal kurz zum Frieden, Friedenwelt da hinten hingehen. Ach, so die Friedenswelt. Ja, lass mal kurz hin, weil, guck mal, wie schnell ist. Guckst du ernsthaft da rein? Ja, ich flieg doch eh. Ja, du, aber ich doch nicht. Du bist schnell, du bist schnell im Wasser. Ey, der Skorpion sieht übelst nice aus. Der sieht richtig gut aus. Hariki! Hariki? Da oben! Ein Chaos-Dick. Chaos-Dick. Da ist noch einer. Wo? Links. Ein langsamer und ein schneller. Auch Chaos-Dick. Chaos-Dick und Chaos-Dick. Aber das eine ist ein Mikro-Haupter und das andere ist ein, äh, äh, ähm. Oh, Eicher. Glaubst du, die zwei wären cool für uns? So als, ähm, als Turpur-Maschinen? Gute Frage. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel Schein die machen und ob die dich vom Dino runterhauen, ne? Wir können ihn nicht mit dem Händacken treffen. Nope. Okay, ich hab den einen auf mich gelockt. Ich hab den einen auf mich gelockt. Ja? Bring ihn her. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich lauf extra langsamer, wenn er mich angreifen will. Oh Gott, er hat mich geslowt, aber wie? Echt? Okay, das ist cool. Hilfe! Alles gut, kommen Sie, kommen Sie. Ich beschütze Sie. Ich bin voll gesclimed. Ähm, er haut ab. Er hat abgelassen, oder? Es sieht so komisch aus, wenn der Dodorax springt, ne? Aber es ist cool. Warte, soll ich den mal runterlocken? Ja, lock irgendeinen runter. So, wie gesagt, ich kann, ich kann niemanden treffen. Ich glaub, der ist nicht aggressiv, oder? Nicht angreifen. Warte, steck mal ab. Hallo. Es ist Wasser, es ist Wasser. Hareki, ich komme. Hi, mein Süßer. Oh, ich hab einmal getroffen. Okay, okay. Gary, ich... Piranhas, komm, Piranhas, komm. Autsch. Okay, okay, was macht er? Ich seh hier durch nichts. So, komm her, Hareki. Komm her, warte, ich nehm... Ich nehm... Meister Woos, äh, Speer. Boah, wenn dein Wasser down geht, ist das kacke, ne? Ist egal, wir holen schnell hoch. Alles gut. Guck mal, ich bin... Ich bin nackig nur mit einem Mann mit einem Hut. Und Hareki... Pass auf, ich trau mich sogar. Pass auf, pass auf. Ich trau mir das sogar. Ich zähm jetzt Hareki, ohne irgendwas anzuhaben. Alles klar. Wenn du stirbst, ist es nicht meine Schuld. Na, ist egal. Ich treff ihn nicht, aber er trifft mich auch nicht. Haben wir beide gerade einen Fehler? Ist er beide zu OP. Aua, er hat mich getroffen. Und ich schlafe jetzt ein. Ich werde jetzt hundertprozentig einschlafen. Ich brauche die Schuhe, damit ich unter Wasser atmen kann. Oh, warte mal. Topo ist sofort runter. Der andere ist weg. Ähm... Die Piranhas sind gerade stärker als er. Oder was greift mich gerade unten an? Hö? Okay. Ja, ähm... Wie kriegen wir den down? So, Tappi. Das ist deine erste Mission, Kollege. Deine allererste. So, wo ist er hin? Wir schwimmen auch im Wasser. Als erstes Hareki. Ja, wir sind immer noch im Wasser. Genau, genau. Das gehört dazu. Schlag sofort drauf, was das Zeug hält, okay? Los. Nice. Perfekt. Hab ich ihn getroffen? Ja, natürlich. Okay, pass auf, los. Ich fliege immer in den Rhein, los. Oh, ich muss nur aufpassen, nicht, dass wir irgendwie... Ja, nein, du musst dich beeilen, du musst dich, du musst dich beeilen. Pass auf. Schau schon, wie will drauf. Ich bleib stehen, ich bleib stehen. Versuch ihn zu treffen. Scheiße. Ich glaub, das schaffen wir nicht. Hast du getroffen? Ja, ja. Gut, 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 gut. Aber ich fühle mich auch übelst gut. Alter, ich bin stark. Immer weiter, immer weiter. Ist egal, immer weiter, immer weiter drauf hauen. Gut, gut, gut. Er haut ab. So. Oh ja, er haut diesmal mal richtig ab. Ja, behalte ihn mit dem Auge. Oh ja. Oh, oh. So, Gary, zück deine Waffe. Nice. Alter, ich liebe dich, Tappi. No. Mitkommen. Alter, der ist mega geil. So, Gary, geh du runter. Ich bin unter Wasser, aber ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn nicht getötet, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht getötet. Alter, hier hinten ist er. Wo ist er? Hier hinten. Nicht, dass ich ihn töte. Ich bringe, ich bringe den Sarko kurz weg. Oh, bring mal hier, ich habe Piranhas hinter mir. Ich habe aber nichts in meinem Inventar. Ich brauche jetzt irgendwas von dir. Ja, wo ist Hadeki, damit ich ihn nicht angreife? Ich kann dich retten dann. Nee, ich brauche ja keine Hilfe. Alles geht ja. Ich bin ja okay. Okay, okay. Fuck, aber. Okay, dann hol kurz aus unseren Dinos. Komm, 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 los. Piranha hinter dir. Nicht attackieren. So, schnell, 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 schnell. Weil, oh Gott, er darf nicht ersticken. Ich liebe den Tappi. Schaut euch das mal an, wie der fliegen kann. Den haben wir unter Kontrolle. 40% hat er schon. Wie viel hat er? 43%. Okay, Tappi, Gary, glaub mir, den Terranodon, den du hattest, der ist ein Witz dagegen. Guck mal hier, unter Wasser bin ich. Und ich kann überall hinfliegen, wo ich will. Hoch, runter, links, rechts, runter, rückwärts, alles. Er ist gleich fertig. Yes. Yes. Kannst du auf ihn reiten? Nice. Okay, komm zurück, Gary. Weißt du, was du jetzt mit Hadeki machst? Was war das? Bist du das? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas schieße. Doch, du scheißt runter. Was war das gerade? Doch, du scheißt runter, du scheißt Bomben. Ich bin der bombenkackende Vogel. Okay, da drüben. Da hinten ist der andere, aber ich schicke den hier kurz weg, ja? Weil nicht, dass er verreckt. Okay. Dann pass auf, dann auf mich drauf und dann let's go. Auf zur Base, mein Freund. Die beiden, die hier stehen bleiben. Schauen wir uns gleich nochmal an, okay? Er hat zwar nicht viel Level, aber ist egal. Los. Mikroraptor. Ja, unge... Na, Gary, den hättest du besser treffen müssen, ne? Also, ich hau einfach gerade random nur so rum. Ich flieg mitten im Flug rein. Ich flieg hier mitten rein, da. Los, 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 los. Nice, perfekt. Geilo. Er scheißt auch runter. Also diese Dinger. Diese Köttel. Hier, und, 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 und. Das ist die toxische Scheiße. Ja, isser. Hast du? Gut. Sehr gut, sehr gut. Und noch einmal. Nice. Okay, guck mal, Leute. Wir sind ein perfektes Team. Alter, aber ich krieg gar keine Hitboxen. Er fliegt runter. Guck mal, wie er runterfliegt. Das war wie ein Sturzflug. Ja. Okay, jetzt haut er aber ein bisschen ab, wa? Los. Noch einmal. Ja, wir haben ihn. Okay, Gary, pass auf. Ich dropp jetzt immer in Etappi wieder so ein Ding rein. Zwei Stück hab ich noch davon. Die sind ja easy herzustellen. Das Problem ist, ich weiß nicht, was der jetzt frisst, ne? Achso. So, wo ist er? Hier unten, ne? Ja. Test es einfach mal. Oh Gott, äh, Kapro. Warte, ich bring ihn weg. Okay, er frisst, er frisst normales Fleisch. Er frisst normales Fleisch. Pass auf, das ist ein toxischer Kapro. Oh Gott. Er hat Level 85. Katata ist fertig, oder wie auch immer. Ja, ich hab dich gerettet. Wo ist er, Katatadala? Wo ist der Piepmatz? Wo ist der Piepmatz? Ich weiß es nicht. Wo ist er? Hier, da ist er. Ach, da ist er. Alter, schnell. Hi. Warte, ich schau ihn mir gleich an. Was ist das? Okay, Lizzy, der bleibt. Alter, alter. Oh, ich will auch so ein. Ich hab gedacht so, okay, ich reite eher auf Hadeki anstatt auf den. Ich bin flügge geworden. Warte auf mich. Bin ich so schnell. Alter, hier. Guck dir das an, wie geil er wird. Oh, der ist heftig schnell. Der ist so schnell wie wir zu Fuß. Yeah. Darf ich auch mal ganz kurz drauf? Ja, wenn du mir den Wurm in meinem Gesicht entfernst, hab ich keine Probleme damit. Okay, ich entferne dir den Wurm. Da hab ich kein Problem. Oh, jetzt seh ich ihn jetzt. Jetzt ist er auf meine Brust. Oh Gott. So. So. Warte ganz kurz. Hör auf zu Nuckeln, Kollege. Ah, danke. Er sieht übelst gut aus. Oh, der ist hübsch. Der ist echt hübsch. Der ist hübsch. So, jetzt haben wir den Kleiner. Okay, er ist übelst schnell. Der ist total geil. Alter, da kommt ja null Komma nichts durch die ganze Insel. Ja, jetzt laufen wir mit dem. Da, 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 da. Und Leute, wir haben ein Hühnchen, was rennen kann. Das Hühnchen aus der Vergangenheit. Ja, aber jetzt will ich aber auch nochmal Hadeke ausprobieren. Ja. Der wird auch Hadeke heißen. Ja, definitiv. So, hier, bitteschön. Ach, warte, wir schicken kurz alle nach Hause, oder? Ja, hätte ich jetzt gesagt, oder? Irgendwie ist das hier echt mickrig, Gary, ne? Jetzt gerade ja. Okay, wir sind ja noch hier drin. Wir müssen langsam raus, die Base vielleicht oben hinbauen, in der Luft, damit wir hier unten auch Dinos hinstellen können, weil dann, ich glaube, das macht mehr Sinn. Und da draußen müssen wir Sachen hinbauen, damit wir nichts mehr spawnen. Problem ist, ich habe Angst, wenn da ein Juti kommt. Ich habe echt Angst. Sollen wir sehen. Wir haben jetzt einmal hier den Skorpion. Ja. Hat der schon immer vorne drei Zähne gehabt? Drei Zähne? Ja. Das habe ich noch nie gesehen bei dem Skorpion. Warte mal, Level. Okay, er macht nichts. Aber ist egal. Attacken haben wir ja schon ausprobiert. Ich finde es halt übelst nice, ne? Was der für eine Fresse hat. Der hat nicht nur drei Zähne, der hat fünf Zähne. Fünf? Ja. Oh stimmt, da auch. Das wusste ich aber gar nicht. Alter, wie cool das ist. Der hat sogar hier auf seinen Scheren hinten, siehst du, die Dings. Ja, er sieht halt... Oh, stimmt. Es ist ein Mensch vorher gewesen, Gary. Ja. Oder er hat Menschen dafür getötet. I don't know. So. Dann einmal hier den wunderschönen Hariki. Komisch. Kann es sein, dass sie gleich aussehen fast? Ja. Eins ist ein Mikro und einer ist ein Archer. Warte. Was war... Das hier ist ein Archer, ne? Ich überlege gerade. Ne, das ist ein Megaraptor. Genau. Naja, Mikoraptor eigentlich. Kann ich ihn auch festhalten? Ne, schade. Okay, dann war Hariki der Megaraptor der Langsame und Arche Optrix der Schnelle. Oder umgekehrt? Umgekehrt. Echt jetzt? Der Megaraptor ist hier übelst schnell hier. Sah Hariki nicht so aus wie der Megaraptor? Ja, gute Frage. Leute, wie gesagt, Gehirn, kompletter Sieb. Sah Hariki, Hariki sah doch so aus. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, Gary, dass Hariki hinten so ein komisches Ding hatte. Guck mal. Ja, was denn? Ich will spielen. Du willst spielen? Warte mal. Ich will mal kurz mal die Attacken ausprobieren. Hast du den Rechtsklick gemacht? Rechtsklick, ja. Oder war das C, was ich gedrückt habe? Ich weiß nicht. Er macht nichts außer Kack... Also er kackt nicht oder so. Doch, du hast gekackt. Er hat bestimmte Höhe, wa? Bestimmt. Gary, ich kriege Topo. Oh. Du machst mich down. Oh, cool. No. Oh, shit. Hab ich die Rechtsklick gemacht? Ja, hast du. Wie geil. Na, Leute. Auf jeden Fall war das von der weiteren Folge Arc. Wir haben heute viel erlebt. Wir haben viel erreicht, finde ich. Wir müssen gucken, was wir in der nächsten Folge mit dem ganzen Bass machen. Na ja. Aber es war ein voller Erfolg. Heute, diesmal wirklich. Na ja, falls dir natürlich diese Folge gefallen hat, dann lass auf jeden Fall Kommi und Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh. Oh. Hi. Ah, hi. 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 Hi.